Hallo, mein Name ist immer bloß espanol und ich sage, wie ist das? Joa, also Equip fängt ganz gut an, so grundlegend. Willkommen zu einer Runde Skywars. Ich hatte ja schon angekündigt, dass immer an den Tagen, oder nein, nicht an den Tagen, aber wenn ich länger nicht streamen kann, sprich ich bin wie jetzt zum Beispiel, oh, Fuldi, die nehme ich tatsächlich, beschwere ich mich nicht. Und wenn ich Tage nicht, wenn ich längere Zeit nicht streamen kann, wie zum Beispiel jetzt bin ich zwei Wochen im Urlaub, hatte ich halt schon gesagt, dass ich vorhatte, also Videos zu machen einfach. Ich muss sagen, ich fahre in drei Tagen, sprich ich muss sechs Videos den Tag, na gut, an einem Tag reicht es auch, wenn ich fünf Videos mache, aufnehmen, schneiden und hochladen. Sprich, es könnte durchaus... Lul! Halt dein... Lul! Hä? Hä? The fuck? Was war das jetzt für ein Bug? Hä? Ach, egal. Wir sind es nicht so unwider. So, neue Runde, neues Glück. Equip sieht jetzt diesmal nicht ganz so geil aus wie letzte Runde, aber das ist ziemlich egal. Weil das hat uns letzte Runde auch nicht allzu sehr geholfen. By the way, ich habe eben schon mal versucht aufzunehmen, aber Jan ist als nötig an, mich aus seinen Channeln zu bannen. Das heißt, wenn jetzt an ein paar Tagen kein Video kommt, dann liegt es daran, dass ich 20 Minuten durch Jan verloren habe. Ähm, aber so ein Banner vom TS ist auch ganz nett. Hä? Ach, Lul! Die Schutzzeit ist noch nicht mal vorbei! Holt mir das doch jemand! Meine Fresse! Trotzdem ist er weg. Na, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, also das können wir einfach ganz kurz mal auf Jan zurückführen, für den Fall, dass jetzt an ein paar Tagen keine Videos kommen werden. Weil, ich sag mal so, ich bin immer noch gut davon, effizient zu cutten. Aber, wenn dann jemand meint, er muss meine Zeit mit rumheulen wie ein dreijähriges Kind verschwenden, dann, ne, tut mir leid. Dann kann ich, ja, kann ich perfekt hernschneiden, wie ich möchte, aber das würde mir nichts bringen. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, tut mir jetzt leid, dass die Videos kürzer sein werden, aber ich habe es halt zu Beginn komplett verplant und jetzt stehe ich leicht unter Zeitdruck. Ähm, würde ich mich wohl drüber like, komm mir, Abo, etc. freuen. Bis dann. Ciao!